Der Seilgürtel. Eine einfache Methode um entweder eine Kutte oder einen Bademantel zu gürteln. Das heißt man steckt hier selber drin, hat ihn also praktisch um den Bauch leicht verstellbar zu ziehen. Der Seilgürtel. Der Gürtel, also ein Stück Leine oder Gurt, wird gedoppelt. An dem Buchtende klappen wir die Bucht nach hinten über beide Parts. Und nehmen beide Augen nach unten, dass praktisch dieses Gebilde entsteht. Jetzt müssen wir nur noch das andere Ende oder die beiden Enden durch die beiden Augen stecken. Also wir würden quasi hier drin stecken, das wäre vielleicht der Bauch. Dann wird zugezogen und wir haben uns gegurtet mit dem Seilgürtel.